Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Da vorne haben wir eine Festung. Ich will mir das mal ansehen. Ich speichere vielleicht nochmal kurz. So, eine, die wir entdeckt haben. Ich hoffe, da sind nur Banditen und keine Verlorenen. Ich gehe mal hier vielleicht rum. Ausgrabungsstätte entdeckt. Warte mal. Da ist noch ein Koloss. Magische Konstruktion? Out. Er hat aber nichts. Okay. Magische Konstruktion? Und dort eine war ein Koloss. So, wir müssen jetzt was essen. Definitiv. Äh, noch ein Krustenboot. Und speichern. Sind da noch mehr von denen? Sorry. Okay, das ist ein Baumstamm. Da liegt jemand tot. Ein Reisender. Äh, da sind gleich zwei von denen. Mal hier eine Ausgrabungsstätte. Sieht bis jetzt leer aus. Benötigt einen Schlüssel. Also heißt das, ohne Schlüssel komme ich nicht rein? Okay, hier glitsche ich in den Schnee. Schnee. Komm ich irgendwie anders rein? Da wäre ich festgesteckt. Komm. Komm, 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 komm. Okay. Mist. Das hat nicht gefunst. Ich, ich will da rein. Ich muss doch irgendwie einen Weg geben, hä? Ich hab einen Stahl. Ja, ja, nein. Okay, ich glaube, da komme ich nicht rein. So, und da sind gleich zwei magische Konstruktionen da hinten. Gleich zwei Stück. Das wird, äh, übel. Und dann so eine riesige Festung. Okay. Komm, ich bin ganz ruhig. Ja. Ich lass es hören. Ja, gleich zwei Stück von denen. Laden die sich wieder auf? Oh, holt er jetzt Verstärkung oder wie? Ich versuche mal von hier oben. Alter, das ist komplett voll mit denen. Okay, wie soll man... Wie soll man das nur schaffen? Ich speichere vielleicht nochmal. Dann will ich da irgendwie hochrennen. Von da aus... Ach, hoppala. Ah, es hat automatisch auch nochmal gespeichert. Obwohl, warte mal, wenn wir... Ich muss das Schwert nochmal aufladen. Ah, Mist. Hätte ich anders machen sollen. So. Okay, jetzt haben mich beide. Ich wollte eigentlich da hochrennen. Einen schaffe ich locker. Warte mal, ich habe eine Idee. Ein... Wegglocken? Einen muss ich versuchen wegzulocken. Vielleicht noch höher zielen. Ja. Der sucht sich jetzt einen neuen Versteck. Okay. 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 Das heißt, der wird länger brauchen, hier zurückzukommen, als der da. Das heißt, den können wir im Alleingang erledigen. Beziehungsweise, warte mal. Ja. Komme ich hier weiter hoch? Okay. Komm her. Du musst rennen. Ich glaube, der andere kriegt uns nicht mit. Ich glaube, der andere kriegt uns nicht mit. So. Ich glaube, der andere kriegt uns nicht mit. Was hat der? Alkdorun-Fight. Ähm... Was essen. Eine Cremetorte. Der Erste ist hinüber. Das heißt, den zweiten können wir auch gleich machen. Wie weit ist er jetzt weg? Da hinten ist er. Der braucht noch ein Weilchen, bis er hier ist. Bis dahin ist Leben aufgeladen. Was ist das hier eigentlich für eine Festung? Und was sind das für meine Konstruktionen, dass die alle ums Regenherr zurückzukommen sind? Beziehungsweise vier Schattenstahlen. Dass die nur alte Ruhm-Pfeile haben, die ich denen noch reingeschossen habe. Das gehört gespeichert. Was ist das für eine Festung? Und ich dachte schon, das wird heute gar nicht sein. Natürlich, der Wildmagier. Noch ein Wildmagier. Ja, super. Ich hoffe, der wird gestorben. Der eine. Oh, Mist. Mist, der lebt ja noch. Mist. Ja, den haben wir. Ja, das ist nicht. Noch ein Wildfilm. Ja. Ich bin der Wildmagier. So, hier ist noch einer, der erlebt was eigentlich noch. Aber wo ist der jetzt, oder ist er schon tot? Ist er gestorben? Ich weiß nicht, können wir da überhaupt rein? Das speichere ich einmal, vorsichtshalber. Okay, da lebt noch jemand. Aber die sind nicht in der Lage hier. Ach, der lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Dann gehört jetzt gespeichert. Ich will nur einen von euch, äh, da sind gleich drei hier. Kann ich durch die Tür? Ja, die haben einen draußen. Ich weiß nicht. Äh, das war? Okay, den haben wir. Der ist aber leer. Und drei sind noch drinnen. Von denen ich weiß. Wie viel ging es? Wir sind bei 14. Ich müsste nochmal Ambosia nehmen. und dann kommt das noch drinnen. Und dann kommt das noch drinnen. Und dann kommt das noch drinnen. Sobald die uns verloren haben. Aber erstmal Leben wieder regenerieren. So, ich frage mich aber wirklich. Wie können wir wenigstens hier rein? Ich weiß jetzt aber nicht, wofür das hier ist. Was das hier ist. Vielleicht nur die alte Akademie, wo Jaspers Schwester war. Und die sind alle zu Wildmagien geworden. Einmal kurz speichern. Da ist doch ein Felsenwacht entdeckt. Na, wer kommt zuerst? Dum 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 dum. So, nochmal kurz abwarten. Wir müssen wieder Leben regenerieren. Verstecken und abwarten. Ach, ist noch ein Wildmagier da oben. Okay. Noch einer. Okay, also eine Konstruktion noch und ein Wildmagier. Aber was sind das für Konstruktionen? Also komplett aus Schattenstahl? Oder wie ich immer wieder fälschlicherweise sage, hier in Enderal, äh, Ebenerz. Folgende Frage. Ist Ebenerz eigentlich von Elder Scrolls eine eigene Erfindung? Also von, äh, von Elder Scrolls-Machern? Oder gab es den Begriff schon vorher? Komm, den schwächen wir mal ein bisschen vorher. Mist, der ging daneben. Ach, komm schon. Na, mein Kleiner? Okay, das sah gerade geil aus. Die Navi mit der Maske war. So. Das gehört definitiv gespeichert. Jetzt ist die Frage, gibt es hier noch irgendwo irgendwas? Abgesehen von den einen Wildmagier, der da hinten irgendwie rumgeistert. Ich glaube, hier gibt es gleich noch mehr. Und da hat ihn auch nochmal recht. Ich ergreife immer ganz schnell die Flucht. Oh, hier glitscht man rein. Äh, dann besser lieber nicht. Versteckt. Hier ist auch was mit der Kollision ein bisschen falsch. Ja, okay, aber es war wahrscheinlich auch nicht geplant. Dass man hier hochkommt. Ich habe ja auch momentan mit, äh, Kollisionseinstellungen zu kämpfen. So, einmal speichern. Ich habe ja auch momentan mit, äh, Kollisionseinstellungen zu kämpfen. Ich hoffe, es kommt nur er jetzt. Nun, Tag. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Warte mal, hier können wir uns verstecken, oder? Hier dürften sie nicht drankommen. Der steckt da fest. Lass mir raten, der will doch irgendwie herkommen. Das geht jetzt mal. Das geht jetzt mal. Okay, erst ein Ander. Der ist leer und der hat meine Falle. So, und nochmal speichern. Dann ist da hinten nur noch irgendwo ein Wildmagier. Dann haben wir hier draußen alles erledigt. Und ich weiß nicht, wie gefährlich es da drin sein wird. Also da drin, ne? Da ist eine Truhe. Und interne Pfeile. Und Wegestron durch der Furcht. Ja, lass mal liegen. Sternlingsdol, Sternlingsschwert. Sternlingsdol. Ja, nix davon nehmen wir mit. Da haben wir noch eine Wildmagierin. Und ich dachte schon, das wäre zwei. Zwei. Tschüss. Da war er selber so. Da war er selber so. Okay, das sah nice aus. So, da unten ist irgendwo noch was. Da ist ein Turm. Und noch eine Höhle irgendwo. Was gibt's denn hier? Hier gibt's nichts. Automatisch gespeichert. Ah, von hier hätte ich auch noch reingekonnt. Okay. Ich vermute mal, wir haben jetzt alle bekämpft. Die hier waren. Also draußen. So, ich will jetzt mal in den Turm. Da ist bestimmt auch noch irgendwas. Ja. Schnee. Und nix. Ja gut. Gehen wir mal hier wieder hoch. Und speichern, bevor wir da reingehen. Ich will jetzt wissen, was da drin ist. Was war denn das für eine Festung? Festung Felsenwacht. Was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier? Okay, noch mehr Kolosse. Und Magier. Und Magier. Das werde ich nicht überleben hier. Keine Chance. Was? Wenn wir stark genug sind, kommen wir noch mal her. Aber aktuell gar keine Chance. Weil die werden alle auf einmal kommen. Sobald wir einen angreifen. Und ich habe dann nichts gesehen, wo man sich verstecken könnte. Weil wir haben ja eh noch ein paar andere Quests, die wir erledigen müssen. Und ich wollte so oder so noch ein bisschen hier erkunden. Die Gegend. Wir werden definitiv nochmal herkommen. Weil ich finde diese Kolosse richtig krass. Und ich will vorher noch irgendwie das letzte Skarak-Set-Teil haben. Und an den Dingen von den Büchern, schlechter von Ark, haben wir Buch 10, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Also von 5 bis 10 haben wir alle. 2 haben wir. Da fehlt noch 4, 3 und 1. Die beiden fehlen uns noch. Die müssen wir noch wiederfinden. Wiederkriegen. Dann würde ich mal eine ganze Folge dem widmen wollen. Das durchzulesen. Und das will ich mir auch nochmal ansehen. Die Ausgrabungsstätte. Der arme Reisende. Aber warte mal, gab es hier nicht irgendwo eine Akademie oder sowas? Im Nordwindgebirge. Da oben war es nicht. Da war ja der Koloss. Das führt an diese Küste hier. Kannst du noch hier sein, oder? So, nochmal kurz speichern. Warum muss ausgerechnet so einer jetzt hier sein? So eine verlorene Monstrosität. Und noch eine Spinne. Können die sich nicht gegenseitig bekämpfen? Ich bin noch zu nah. Das ist jetzt aber nur die Spinnung, oder? Okay, das war knapp. Wir regenerieren aber gerade nichts. Essen. Pustenbrot. Und speichern, weil wir überlebt haben. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch eine Spinne. Da wäre jetzt der Tool. Aus dem Weg Ziegel. Ostwindturm entdeckt. Natürlich, hier sind Wartüren. Und da sind Baupläne. Weiter nach oben geht's nicht. Kommen die hier hoch? Ach, die stecken da fest. Und da habe ich runtergeschwupst. Ich hoffe, der findet mich jetzt nicht. Das ist ein bisschen wenig Leben, was wir jetzt haben. Ich hoffe, der hat mich jetzt verloren. Ja, der hat uns verloren. Die Pfeile nehmen wir mit. Ah, perfekt. So, ein Brief. Muldor, wir brauchen dich hier. Komm endlich von deinem verschneiten Hügel runter. Der Tenna Hanisch. Wegestreue Schwert. Okay, den haben wir jetzt. Da unten gibt's noch ein bisschen was. Aber schade, dass hier jetzt nur... Also nicht so viel gab's? Marum. Ich gucke mal, ob ich den besiegen kann. Ansonsten ergreifen wir gleich die Flucht. Okay, den haben wir geschafft. Ah, es hat automatisch gespeichert. Okay. Und einmal von mir geschnell speichert. Hier ist ein totes Mammut. Was ist das hier? Der Steinpfad entdeckt. Da ist die Straße wieder. Ein bisschen verwuckert. Ich hoffe, hier ist jetzt ein bisschen ruhiger, was Viecher und so weiter angeht. Da vorne ist eine Höhle mit einem Troll. Und spinnen. Ah, wieder eine Königin. Das war ja... Für den Fall der Fälle sollte ich jetzt nochmal draufgehen. Da vorne ist schon gleich ein Hof. Ach nein. Okay, überstanden. Schnell speichern. Für den Fall der Fälle. Stuhlmühlenlager entdeckt. Und hier sind Wartüren. Keine Lust gegen Wartüren jetzt zu kämpfen. Noch mehr Wartüren. Was soll denn dort? Das werde ich nicht überstehen, gegen so viele Wartüren zu kämpfen. Das kommt hier auf. Was soll ich jetzt hier einfach nur dran vorbei? Was cool hat darunter? Ach nein. Okay, den haben wir. Ich glaube, es war auch keine gute Idee, hier rum zu gehen. Beziehungsweise nur zum Teil. Da ist eine Spinne. Frostspinnenmutter. Wie viel vom Weg fehlt uns noch ein bisschen? Ich freue mich, sobald wir wieder im Herzenland sind. Noch ihm was hier in der Nähe, ne? lass mich vorbei kämpft noch ein wildmagier ja super ich will nur hier vorbei kämpft ihr mal gegen die spinne alter ich glaube ich werde sterben so, irgendwo verstecken so, das ist jetzt den Weg machen wir ein andermal würde ich sagen so, bis jetzt überstanden gehen wir aber den Weg hier da können wir Hemd zu Emre ich glaube Emre war das und ihr die Nachricht überbringen ich sehe da was geisterhaftes ja den Beschworenen verloren ist dort der richtige das ist ein Wegeweg, oder? ja da vorne Chiltibear ach so, das ist nur ein Bandit okay, das war interessant wie er geflogen ist so, ich frage mich jetzt eigentlich wie oft bin ich hier jetzt in Enderal ich bin in die falsche Richtung abgebogen, tschüss tschüss wie oft bin ich hier ist jetzt eigentlich hier gestorben in der Reihe wo ist in die Richtung? ist auch falsch, hä? ah, hier hier muss ich lang oder? ja das ist der richtige Weg verletend Natürlich noch mehr von denen. Ich habe hier gar keine Ruhe. Das Schwert hat gar keine Ladung mehr. Ich muss auf jeden Fall mal schauen, wie ich die alle verbessere. Ach nö. Nicht eine Minute, wo man ein bisschen Ruhe hat. Wo man auch mal die Musik genießen kann. Okay, ist eine billige Ausrede, aber zumindest eine Minute mal Ruhe. Da sind jetzt gleich Wildmagier. Die sind aber auch verdammt nah. Okay, jetzt bin ich die los. Äh, Esme, nicht Emre. Okay, Esme. Was gibt's? Äh, ich war beim Brack und ihr hattet recht. Tara war auf dem Schiff, seht her. Er zeigt. Beim Namen der Sonne, seht ihr das? Tara Zalajil, das ist sie. Und gebürgt von Dalmersa. Hm. Wer ist das? Mein Nachbar. Der, äh, das hat mich auch gefragt. Scheinbar ein Adeliger, der für sie gebürgt hat. Ähm, der wohnt, äh, im Adelsviertel, äh, ein Haus neben mir. Stimmt ja. Dal ist hier ein Titel. Das erklärt auch, warum diese Kapitänin Rossio eine mittellose Eterna mitgenommen hat. Tara kannte diesen Dalmersa wohl. Aber verdammt noch eins, das ist endlich eine Spur. Das heißt, alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist diesen Dalmersa zu finden. Also auf nach Ark. Ja. Und wartet. So, hier ist die erste Rate, wie versprochen. Ich werde den Wirt fragen, ob ich den Karren irgendwo in der Nähe der Taverne unterstellen kann. Auch Elrond. Trefft mich in, sagen wir, einem Tag in Ark. Kennt ihr einen guten Treffpunkt? Ich war erst einmal dort. Äh, ein Tanzen-Nomaden? Das ist eine Schenke gleich hinter den Toren im Kremsviertel. Der fette Leo, das ist eine Taverne im Adelsviertel. Ah, ein Tanzen-Nomaden. Gut. Dann bis bald. Erst mal ein Ark treffen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ähm. Wir raten wir doch. Guten Abend. Ihr möchtet mal fliegen? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Äh, zurück nach Ark. So, 25 Groschen haben wir wieder bezahlt. Malphys oder auch der Götterwächter ist der Lichtgeborene. Malphys war ein Lichtgeborene. Madame. Meser. So, aber endlich wieder zu Hause in Ark. Die Nordwindgebirge, die waren ein bisschen heftig. So, und wir haben jetzt noch ein paar Quests, äh, auf jeden Fall offen. Hier. somit ms mit wagen haben wir jetzt offen wir haben es mir in a 3 und dann diese dings hier gesucht nach bildnage herbert löst den schlitzer zur strecke bringen wird man hier und wird in den wild magier versteck im herzen vermutet ich muss ihn töten um das kopf zu kassieren so aber ich würde sagen das machen war ab der nächsten folge und vielen dank dass ihr wieder mit dabei war ich bin's euer max deus und schau so Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018